Hallo und herzlich willkommen bei Gindex. Hallo. Bei einer neuen Folge Cheap, Expensive und Gluten-Free. Heute mit Jaffa Cake. Jaffa Cake, stimmt, so heißt das. Und zwar hat das ja auch eine offizielle Bezeichnung, glaube ich. Zartes glutenfreies Gebäck mit Orangenfruchtfüllung steht hier drauf. Ja genau, das ist es. Es ist Biskuit, es ist Schokolade und es ist quasi Orangenarmelade. Es ist nicht jedermanns Geschmack. Wir haben es aber heute trotzdem mal ausprobiert, weil es auch glutenfrei verfügbar ist. Genau. Und dann fangen wir einfach mal an. So, geschafft. Okay, jetzt sind die Minis. Ja, Schokolade drauf. Okay, das ist jetzt der Cheap Benchmark zu unserer Rechten. Mich würde mal einen Größenvergleich zu den normalen im Schokolade interessieren. Die haben eine viel hellere Färbung. Ja, die Schokolade ist wirklich sehr viel heller. Das ist auch die Creson-Variante Vollmelch. Also es gab die im Laden auf jeden Fall auch noch in Zartbitter mit einer dunkleren Schokolade. Na dann. Ja, dann schneid mal auf. Ich schneid mal eins an. Wir haben diese typische Füllung mit dieser Orangenmarmelade. Ist auch relativ viel drin, finde ich. Hier hebt sich jetzt ja gar nichts ab, wo man sagen könnte, dass es flach aus. Jetzt wäre gar nichts. Ui. Pack die Lupe aus. Ja, da kommt es dann auf den Geschmack an. Wo ist denn da die Füllung? Wir räumen das glutenhaltige mal an die Seite und schneiden die glutenfreien an. Ja. Ein deutlicher Knubbel obendrauf. Ja, ein deutlicher Marmeladenknubbel. Sieht aus wie zweifarbiger. Das sieht nicht so schön aus. Da ist vielleicht von der Marmelade irgendwas reingelaufen. Das hier ist das normale von Creson. Ist halt auch wieder die helle Variante. Ja. Marmelade sieht ja kleiner aus bei dem Gluten. Der Durchmesser vom Creson ist auch größer. Ja. Das sieht mir ganz gut. Ja. Wir haben hier eine schöne Füllung. Das Füllungsverhältnis sieht gut aus. Mhm. Ähnlich wie beim Gluten. Ja, das stimmt. Also ich probiere jetzt zuerst den von Creson. Mhm. Ich probiere auch mal einen. Ich habe nämlich Hunger. Oh. Bei mir ist zu viel Teig im Verhältnis. Also ich finde den ausgewogen. Könnte mehr Schokolade dran sein. Der, dieser Teig, der zieht einem so ein bisschen den Speichel aus dem Mund. Ja, es ist zu viel Teig. Bei mir auch. Ähm, aber die Marmelade, ich bin normalerweise überhaupt kein Freund von Orangen- oder Zitronen-Marmelade, aber das schmeckt hier gut. In Maßen. Ich denke, wenn man zwölf davon isst, dann, also ich könnte das nicht nehmen. Das hat man auch genug. Der billige, kleiner. Ist halt kleiner, das Verhältnis ist auch ein anderes irgendwie. Ist auch mehr Teig als Schoko und Füllung. Aber ich mag die Schokolade mehr. Die dunklere Schokolade. Ja. Ey, nicht da drauf rümmeln. Das dunklere mag ich mehr als jetzt das vom Originalen. Wahrscheinlich sind die, die Zartbitter von Creson wahrscheinlich eher vergleichbar. Dann darfst du jetzt mal hier noch ein glutenfreies im Vergleich probieren. Okay, der Teig ist wirklich viel, aber er ist saulecker. Okay. Im Vergleich... Ich hab's mal auch hier separiert. Ich probier jetzt mal nur Teig. Im Vergleich zu dem da, der ist es eigentlich nur so eine Unterlage. Und da fällt jetzt auch nicht unbedingt positiv auf, aber hier beim Glutenfreien mag ich den Teig. Ich probier noch eins. Hm. Also glutenfrei gewinnt. Die Marmelade ist, würde ich sagen, gleichwertig. Und die Schokolade finde ich durch das Dunklere auch besser als beim Creson. Also ja, dieses Mal ist für mich der Glutenfreie ein Gewinner. Für mich auch. Okay, ja, zweite Stelle würde ich sagen, wahrscheinlich die Original von Creson in Zartbitter. Nicht wirklich weit abgeschlagen. Die aus dem Netto, die Mini Fruitcakes. Alles gut. Kann man alles super essen. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.